Während der Arbeit mal einen Kaffee holen oder eine Zigarette rauchen, so eine kleine Auszeit, tut einfach mal gut. Aber das kann auch ganz schnell die Kündigung bedeuten. Hallo, ich bin Lars Ulmann, Rechtsanwalt der Zwickauer Fachanwaltskanzlei EMC. Und wenn ihr Bock auf Rechtsthemen habt, dann lohnt sich hier ein Abo auf jeden Fall. In vielen Betrieben wird heutzutage eine elektronische Arbeitszeiterfassung durchgeführt, bei der die Mitarbeiter regelmäßig ein- und ausstempeln müssen. Auch Pausenzeiten werden dabei erfasst und müssen gestempelt werden. Es ist wichtig, sich an diese Verfahren zu halten, um die Arbeitszeit korrekt zu erfassen. Das Landesarbeitsgericht Hamm hatte einen interessanten Fall behandelt. Eine schwerbehinderte Raumpflegerin mit einem Grad der Behinderung von 100 hat das Stempeln nicht ganz so ernst genommen. Sie soll während der Arbeitszeit öfter in einen Kaffee gegangen sein, das gegenüber der Firma lag, ohne sich auszustempeln. Als der Chef sie einmal dabei erwischt hatte und sie auf das Fehlverhalten ansprach, hat sie den Arbeitszeitbetrug zunächst abgestritten. Erst als Fotos von ihr im Café aufgetaucht sind, hat sie die Besuche zugegeben. Als Konsequenz wurde sie fristlos gekündigt. Im Fall einer Kündigung von schwerbehinderten Menschen müssen Arbeitgeber in der Regel die Zustimmung des Integrationsamtes einholen. Das Integrationsamt prüft dabei, ob die Kündigung im Zusammenhang mit der Schwerbehinderung des betroffenen Mitarbeiters steht oder andere Gründe vorliegen. Das Landesarbeitsgericht hat in dem aktuellen Fall entschieden, dass die fristlose Kündigung aufgrund einer 10-minütigen Kaffeepause rechtmäßig ist. Wenn ein gewichtiger Grund im Sinne des § 626 BGB vorliegt und die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für den Arbeitgeber unzumutbar ist, kann eine fristlose Kündigung ausgesprochen werden. In diesem Fall hat die Arbeitnehmerin vorsätzlich die Stempeluhr umgangen und somit das Vertrauensverhältnis zwischen ihr und dem Arbeitgeber gebrochen. Das Gericht hat entschieden, dass auch eine Abmahnung in diesem Fall nicht ausreichend gewesen wäre, um das Verhalten der Arbeitnehmerin zu ändern. Auch die Leugnung des Arbeitszeitbetruges hat das Vertrauensverhältnis weiter gestört. Dort ist es jedoch wichtig zu beachten, dass jedes Urteil ein Einzelfall ist und andere Gerichte bei anderen Fällen ähnlich kurze Zeitspannen des Arbeitszeitbetruges möglicherweise anders entscheiden können. Wie so oft ist es also eine Einzelfallentscheidung. Fazit. Mit ständigen Zigaretten und Kaffeepausen könnt ihr ziemlich schnell Probleme auf Arbeit bekommen. Und solltet ihr darauf angesprochen werden, gebt es wenigstens zu, entschuldigt euch und probiert euch zu bessern. Dann ist der Vertrauensbruch gegebenenfalls nicht ganz so schwerwiegend und euer Arbeitgeber kann vielleicht darüber hinwegsehen. Hat dir der Beitrag gefallen? Dann lass gerne ein Like da. Um keine neuen Videos mehr zu verpassen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Wenn du noch mehr Content wie diesen sehen willst, dann haben wir hier das nächste spannende Video für dich. Check auch unbedingt unsere anderen Kanäle. Die sind alle unten in der Beschreibung für euch verlinkt. Bleibt rechtssicher und gesund. Bis zum nächsten Video. Dann tschüss. Bis bald. Bis bald.